Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Montag, dem 7. Mai 2018. Ihr hört die Geek Talk Daily 367 und ich habe euch heute die folgenden Themen mitgebracht. Twitter, Chromecast, Google I.O., Microsoft Build 2018, HTC, 20 Jahre und eine Süßigkeitenfabrik. Wir beginnen gleich mit Twitter. Da hat man herausgefunden, dass die Passwörter generell intern so rumgelegen sind, dass man rein theoretisch jemand hätte reinschauen können, der bei Twitter arbeitet. Ganz, ganz einfach gesagt. Das war aber nicht passiert. Dennoch rät Twitter dazu, die Passwörter zu ändern, vor allem wenn ihr die Passwörter auch noch irgendwo anders nutzt. Also da gleich mal vorneweg wieder mal Passwörter ändern. Dann sowieso immer wieder mal so alle zwei, drei Monate, allen Monat, wie ihr das auch regelmässig umsetzen möchtet. Noch besser ist, wenn ihr Two-Step-Verification aktivieren könnt, sofern es den Dienst natürlich erlaubt. Und andere Dinge sollten natürlich vermieden werden. Das gleiche Passwort an mehreren Accounts oder an mehreren verschiedenen Diensten zu nutzen, auch nur irgendwie abgewandelt. Das sollte eh verboten gehören und pfui, falls das aber einer unserer Hörer sowieso nicht tut. Also das werdet ihr nicht tun, da bin ich mir ganz sicher. Ansonsten pfui an der Stelle zum Wochenbeginn. Gehen wir weiter. Bei der FCC ist ein neues Produkt aufgeschlagen. Da will Google einen neuen Google Chromecast vorstellen. Eine neue Generation, nämlich genau gesagt die zweite Generation. Und die soll neu eine vollkommene oder eine komplette Bluetooth-Unterstützung erhalten. Was genau man darüber machen kann, darüber wird aktuell im Netz spektu... Spektu... Genau, das Wort. Ihr wisst, was ich meine. Spekuliert. Die Google I.O. steht ja vor der Tür. Und da werden wir sicherlich ein bisschen was darüber hören, was da genau mit reinkommt. Und genau um die Google I.O. geht es beim nächsten Thema. Denn vor zwei, drei Tagen sind ein paar Bilder aufgetaucht. Google ist ja gut darin, die Logos, die sie verwenden für die einzelnen Apps, die eigenen Apps wie News, wie Playstore, wie was man noch so alles hat, Chrome etc. Immer wieder abzuändern und den Kunden zu verwirren. Auf jeden Fall sind bei den ganzen Logos drei neue aufgetaucht. Unter dem Namen Peerlix, Insight und MDC IOS. Was genau sich dahinter verbirgt, das werden wir garantiert sicherlich ab Dienstag dieser Woche dann auch wieder mitbekommen, wenn die Google I.O. starten wird. Vorher wird aber starten, und das ist morgen Montag, oder besser gesagt, ja, morgen, heute am Montag, um 17.30 Uhr via Live-Übertragung die Microsoft Build, die große Entwicklermesse. Aktuell ist nicht so die Zeit der Entwicklermesse. Letzte Woche war ja Facebook dran und eben jetzt Microsoft und ab Dienstag dann Google hinten nach. Und was es da alles Neues zu sehen gibt, das werdet ihr, wie gesagt, bei der Live-Keynote erleben. Einen Link dazu gibt es bei uns in den Shownotes, wo ihr euch das Ganze anschauen könnt. Dann ist ein neues Gerät auf dem Radar. Man wartet ja schon ein bisschen länger auf das neue HTC-Smartphone. Das U12, wie es wahrscheinlich heissen wird, wird am 23. Mai 2018 vorgestellt. Das Datum wurde bestätigt, auch in Form eines Teaser-Bilds. Und das Teaser-Bild, wie immer, wenn interessante Firmen neue Produkte vorstellen und eben solche Teaser-Bilder rausgehen, dann geht das gemunkellos, in welche Richtung das gehen kann. Findigen Leuten ist aufgefallen, und das hat auch iFixit bestätigt, sind da einige Teile vom iPhone 6, also relativ älteren Gerät, und auch von Samsung-Smartphones aufgetaucht. HTC hat das schlussendlich dann auch in einem weiteren Statement erwidert und gesagt, das ist so, das sind Geräte, die anscheinend andere Hersteller in ihre Geräte unvorteilhaft einbauen oder eben schlecht einbauen, dass in der Mitte der Freiraum ist dann ihr neues Telefon, und sie werden das alles komplett anders machen. Ich bin ja mal gespannt, vor allem eben, wenn man das Ganze mit älteren Geräten vergleicht. Vielleicht müssen wir es mit einem iPhone X oder 8 vergleichen und auch natürlich den neuen Samsung-Modellen. Aber wir dürfen gespannt sein, das neue HTC U12 wird sicherlich ein spannendes Android-Phone. Dann, ja, gestern, am Sonntag, vor 20 Jahren, hat Steve Jobs damals, Gott hab ihn selig, den iMac vorgestellt, und zwar den ersten farbigen, die Heraushebung aus diesen tristen grauen Kästchen, die man früher hatte. Ich hab mir im Zuge der Vorbereitung der Sendung auch die Vorstellung oder die Keynotes zu dem damaligen iMac angeschaut nochmals. War sehr spannend, wie das Ganze aufgebaut war und schon damals ziemlich durchgestraft wurde. Was auch schön war damals, ich mag mich ganz gut erinnern, wie meine Freunde, die eben nicht auf Apple-Devices gesetzt haben, wie die gewettert haben, dass Apple es, ja, das, was war das, zuerst das Diskettenlaufwerk weggelassen hat. Das ging ja gar nicht, nur ein CD-Laufwerk. Und noch viel schlimmer war, Apple hat die ganzen Ports weggelassen, hat nur noch auf USB gesetzt. Und das war ja sowas von böse und das sowieso keine Zukunft. Und, ja, all die grossen, dicken, fetten Stecker, die man sonst halt so verwendet. Und wo sind wir heute? USB gibt's mittlerweile in der Version 3.2, wenn ich richtig im Kopf bin. Genau. Und Diskettenlaufwerk sowieso nicht. CD-Laufwerk mittlerweile auch nicht mehr. Also da hat man, ja, Apple hat's immer schon gewusst oder gezielt Zöpfe abgeschnitten. Gut, man hat auch eine runde Maus rausgebracht, die anscheinend viele Leute nicht mochten. Ich habe die jeweils gerne genutzt und auch viel genutzt über viele Jahre lang. Aber das ist natürlich schon etwas besser, als wenn man eine ergonomische und angenehme Maus in der Hand hat mit einem Rädchen drauf. Da hat ja Apple dann mit den Jahren auch nachgebessert. Auf jeden Fall einen farbigen Eyecatcher. Das war eine richtige Revolution im Computerbereich. Und ja, das waren's eigentlich schon die Themen. Nee, nicht ganz. Es gibt Neuigkeiten vom Herrn Elon Musk, Tesla, mit Gründer und viele anderen Geschichten, die er da noch so treibt. Und ja, was hat der junge Herr gemacht? Er hat angekündigt, dass er eine Süßigkeitenfabrik in die Erde stampfen möchte und jetzt unter die Süßigkeitenfabrikanten gehen möchte. Aktuell geht's bei den Analysten und den anderen Leuten in diesem Internet, die gerne über solche Dinge diskutieren. Los, weshalb das Elon Musk tut. Macht er das nur auf Reaktion von Warren Buffett, seiner Aussage zu den letzten Quartalszahlen etc.? Sehr, sehr spannend. Und ich bin, ja, wir werden es sehen, weshalb er das tut und vor allem, was das für Süßigkeiten sind, die er dann herstellt. Ich hoffe mal zumindest auch glutenfrei. Ich werde mir dann da was, sicherlich mal was bestellen. Nee, lassen wir das jetzt. In diesem Sinne, das waren's, die News, die ich heute für euch aufbereitet habe. Diese Woche dürft ihr mit mir Vorlieben nehmen. Und ja, wenn ihr mögt, wir hören uns morgen wieder und empfehlt uns mal weiter. Schreibt uns einen Kommentar über Social Media, gebt uns unseren RSS-Feed oder wie auch immer die Webseite weiter an Freunde, Kollegen von euch und hinterlasst uns auf iTunes wieder mal eine Bewertung oder einen Kommentar. Wir würden uns darüber freuen, euch einen guten Start in die neue Woche und bis bald. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.